Jungen und Mädel der Hitlerjugend im Landdienst. In den Kriegsjahren hat die deutsche Jugend durch ihre selbstverständliche Hilfsbereitschaft einen engen Kontakt zur bäuerlichen Bevölkerung hergestellt. Auf Hof und Feld sind sie dem Landvolk unentbehrliche Helfer geworden. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Ortschaft Ströbeck im Harz ist weit und breit als das Schachdorf bekannt. Neben dem Ranzen nehmen die Kinder täglich das Brett mit den schwarz-weißen Feldern in die Schule mit. Schachspiel gilt hier als Unterrichtsfach. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020